Audi bringt die neueste Generation des A4 auf die Straße. Er ist bis zu 25% leistungsstärker als der Vorgänger, trotzdem sind alle Motoren noch sparsamer geworden. Ein Grund für den gezügelten Durst ist die strenge Diät der Ingolstädter für den A4. Bis zu 120 kg ist er leichter geworden und glänzt mit einem äußerst guten CW-Wert. Beim neuen Audi A4 ist komplett alles neu. Wir haben über 90% der gesamten Teile angefasst, alles neu gemacht. Wir haben ein komplett neues Exterieur, einen Single Frame, der ist flacher, breiter geworden. Neue Außenbeleuchtung, Matrix-LED ist verfügbar. Wir haben auch ein komplett neues Interieur, das ist leichter geworden und auch größer geworden. Besonders im Kofferraum hat der A4 mehr als genug Platz. 480 Liter reichen nicht nur für den Kurzurlaub. Gut zwei Zentimeter mehr Kniefreiheit bietet die neue Generation auf der Rückbank. Innen ist das meiste typisch Audi. Neu ist, dass der Bildschirm des Navigationsgerätes auf dem Armaturenbrett thront. Die acht Nummerntasten über der zentralen Bedieneinheit können mit verschiedenen Funktionen belegt werden. Der Einstiegspreis des Audi A4 liegt bei 30.650 Euro in Deutschland. Dieser Preis kann jedoch um ein Vielfaches übertroffen werden, denn die Ausstattungsliste ist sehr lang. Alleine 30 Assistenzsysteme sind für den A4 verfügbar, darunter auch der prädiktive Effizienzassistent. Also das System weiß, wie schnell sie an einer bestimmten Stelle fahren dürfen und es kennt auch die Umgebung. Es weiß zum Beispiel, ob es bergauf geht, ob es bergab geht, ob kürzend Kreisverkehr kommt, ob eine enge Kurve kommt und gibt ihnen entsprechend den Hinweis, dass sie schon mal vom Gas gehen können, um nur noch zu rollen. Und zusätzlich übernimmt es dann auch beim ACC-Betrieb die Geschwindigkeit, sodass sie also nie schneller fahren als erlaubt. In Sachen Fahrwerk hat der A4 auch einiges zum Bieten. Zum Beispiel zwei variable Fahrwerke. Das eine speziell für komfortables Fahren und das andere speziell als Sportfahrwerk. Beide verfügen über verschiedene Drive-Select-Modi und eignen sich mit ihrem hohen Grip-Niveau auch für sehr sportliches Fahren auf kurvenreichen Straßen. Das eine spezielle Fahrwerk hat der A4 auch einiges zum Bieten.